Feedback pur, noch Heinz von Förste. Bin auf der Suche nach einem verbalen Ausgang meines sozialisierten Rhezoms. Tun durch nichts tun. Hängematte für alle. Zitat von Dr. Manfred Winterheller über die Wirksamkeit des Ausbleiben von Ratschlägen. Multi-Inter-Trans-Professionell, fachlich kompetent und schnell. Der Onkel. Die Oma. Die Schwester. Der Karl. Die Großnichte. Der Cousin. Der Großcousin. Der Schwager. Dessen beste Freundin. Der Dackel. Vom Nachbarn. Sein Schweizer. Und ihr Bruder. Von der die Friseurin. Deren Schwester. Meine Schwiegermutter. Und der Opa. Eine entfernte Bekannte. Kennst du auch, wenn? Sagittarius. Nachbarn. Greenchain.